Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von ETS2 auf meinem Kanal. ETS2 auf dem Kanal. ETS2 auf dem Kanal. Was sind jetzt hier los? Ich hoffe, es geht gleich weiter. ETS2 auf dem Kanal. ETS2 auf dem Kanal. Und noch ein Unfall. ETS2 auf dem Kanal. ETS2 auf dem Kanal. ETS2 auf dem Kanal. Ja, geladen habe ich 22 Tonnen alkoholfreies Bier. ETS2 auf dem Kanal. 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 Und wir haben es... ...viertelt... ...warum ist ein Clue, es ist so viel ja hier. Und warum wird einfach abgebremd? Ach, zu glücklich, dass auf der anderen Fahrtrichtung... Und warum wird einfach abgebremd? Ich kriege ja noch eine Krise. 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 Ich kriege ja noch ein Dr. Brandhof. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020